Als ich eines Tages auf dem Klo Dünsch es machte und vor Langeweile zweimal gestorben bin ging ich nach draußen und sah zwei Vögel poppen und sich in den Mund kacken also ein ganz normaler Tag. Ich ging zu Max rüber und sah wie er seinen wie die Controller in den Arsch schieb und seinen Vater vergewaltigt ich fragte ob er nach draußen geht und er sagte nein Säure ich hab zu viel Spaß beim Controller Sex also ging ich aufs Klo von Max und püsste gegen die Wand weil mein Schwanz zu verkrüppelt war um geradeaus zu pissen. Also ging ich raus und Punkt Penis sah wie ein Flugzeug gegen den Tower flog und wie immer ein ganz normaler Tag für die Juden in der Negerkirche die ihren Schwanz rausholten und in der vollgekackten Tonne von Niko rein. Masturbierten denn so fing seine Geschichte an von dem hässlichen Blaubarsch. Max stinkt.